...tastig mit 297,5 Kilogramm den 13. Platz in Kauf nehmen musst. Es tat sich überhaupt einiges im Mittelschwergewicht, denn nicht weniger als sieben Athleten, darunter der Russe Kolodov, der Finne Carlo Kangasniemi und die beiden Schweden Johansson und Bettenburg scheiden durch Totalversager aus. Von 60 Reißversuchen waren nur 20 gültig und beim Stoßen wurden von 52 Versuchen 31 gestrichen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020